Herzlich Willkommen zu unserem ersten Gameplay seit langer Zeit. Wir spielen heute eine Runde Punkteroberung. Beide Teams starten in ihren Basen und kämpfen um den weißen Punkt in der Ecke des Spielfelds. Dort liegt ein Koffer, den Sie für Ihr Team entweder scharf machen müssen bzw. erstmal entschärfen müssen, sollte ihn das Gegnerteam vorher eingenommen haben. Am Ende der Runde wird über den Koffer die Punktezahl ausgewertet. Viel Spaß! Wirklich? Viel Spaß! Viel Spaß! Viel Spaß! Team Rot nachrücken! Team Rot nachrücken! Team Rot nachrücken! Ich hab jetzt schon eins leer! Hast du schon aufgefüllt? Doch schon! Okay wir hocken hier deutlich zu viele! Ach wirklich? Vielleicht! Du bist leer! Du bist leer! Ja ich weiß! Sag Bescheid wenn du vorbei möchtest! Du bist leer! Da ist noch einer da! Du kriegst mich weiter! Jetzt! Im Wald ist weit! Leute nachrücken! Leute nachrücken! Sie kämpfen! Und jetzt! Das ist nur noch mal! Drei! Du bist leer! Was ist ein Abballer oder ein Treffer? Keine Ahnung. Ja, HIT! Oh, Entschuldigung. Wir müssen auf jeden Fall da rüber! Durch, 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 durch! Durch, 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 durch! Durch, 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 durch! Die rennen da zu 5 vorbei. Oh du hast Spaß, du hast Spaß hier. Wir müssen schauen, dass wir zur Bombe vollkommen, wenn wir in Base 1 rein und dann von Base 1 nach vorne verteidigen. Wollen wir jetzt echt für dich hingehen oder was? Okay, rechts läuft schon. Jetzt noch zum 3 zurück. Achtung! Nicht in den Busch! Da ist einer, da ist ein 2. Da ist ein 2. Da ist ein 3. 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 Los Burgi, ich unterdrück sie! Hey, hey! Hey Leute! Also vorne beim Überbomben definitiv. Ich hab kein Magazin mehr. Ah, Merci. Dankeschön. Das war's. Hit! Martin! Wir sind hier. Weg da, weg da, weg da. Spielende! 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 Bis zum nächsten Mal.